Moin, ich bin Florian von Autokorrektur. Bei uns erhaltet ihr die farbigen Sicherheitsgurte und Scheinwerfer-Cover. Hier bei dem Skoda Fabia 3 haben wir jetzt auch schon die Gurte passend angeglichen und Scheinwerfer-Cover angefertigt. Die will ich euch mal zeigen. Die Cover könnt ihr jetzt in einer praktischen Tasche erhalten. Vorbereitet habe ich sie hier mal in Dunkel Smoke und in Smoke Wet. Wir können sie aber in jeglicher Farbe machen. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet den Smoke Blue oder richtig in Blau, in Gelb, wie auch immer, ist es vollkommen egal. Das Schöne ist mit dem Smoke Cover, hier haben wir das ganze Chrom drin. Wenn wir es montieren, sieht das ganze direkt richtig geil aus. Zur Montage muss die Haube geöffnet sein. Das Cover als erstes hier einstecken, dann darauf achten, dass das hier unter dem Kotflügel entsprechend kommt. Und dann kann ich es einfach rüber drücken. Es rastet richtig geil ein, ist mal richtig klack, sitzt drin, ist richtig fest. Kann man theoretisch auch mit fahren auf dem Track Day oder sowas, aber ist natürlich nicht für den Straßenverkehr gedacht, weil es reduziert euer Licht. Standlicht geht hier noch durch. So, abmachen muss auch die Haube wieder auf sein. Dann können wir einfach hier oben drunter fassen, das Ganze wieder abziehen. Das Schöne ist, sind richtig dünn, flexibel, also da kann gar nichts passieren. Und hier haben wir nochmal Smoke Wet. Da haben wir eben den geilen Effekt, wenn wir das Cover drauf machen, wieder einfach hier drauf, zack, draufstecken das Ganze, fertig. Da leuchtet das Standlicht, das richtige Licht, auch entsprechend rot, sieht richtig gut aus. Machen wir das Licht aus, ist das Ganze eben richtig schön dunkel. Ja, das war es soweit. Könnt ihr bei uns in den Shop bestellen und dann wünsche ich euch da viel Spaß mit. Ja, das war es soweit. Ja, das war es soweit.